Sie ist blond, wunderschön und hat meterlange Beine. Lena Gerke gehört zum heißesten Export Deutschlands. Wir verraten euch sieben coole Fakten über das Topmodel. Fakt 1. Lena Gerke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren und hat damit nur alle vier Jahre richtig Geburtstag. Aufgewachsen ist sie in Kloppenburg in Niedersachsen. Fakt 2. Lena gewann die erste Staffel von Germany's Next Topmodel und zählt zu den erfolgreichsten Gewinnerinnen der deutschen Ausgabe. Fakt 3. Nicht nur als Model, sondern auch als Moderatorin hat sich Lena einen Namen gemacht. Sie stand vier Staffeln für Austria's Next Topmodel vor der Kamera. Außerdem moderierte sie das Boulevardmagazin Red bei ProSieben. Fakt 4. Gemeinsam mit Dieter Bohlen, Guido Maria Kretschmer und Bruce Danell sitzt sie im zweiten Jahr in Folge in der Supertalent-Jury. Fakt 5. Bei einer Körpergröße von 1,79 Meter hat Lena eine Beinlänge von stolzen 104 Zentimetern. Fakt 6. Lena liebt Hunde. Für einen Schnappschuss mit süßen Wuffis ist sie immer, wirklich immer zu haben. Fakt 7. Drei Jahre war Lena mit Jay Khan zusammen. Seit 2011 ist Semikedira der Mann an ihrer Seite. Die beiden wohnen überwiegend in Madrid. Von dieser heißen Blondine zu dieser sexy brünetten Lady jetzt alle Fakten über Silla Shahina erfahren. Über welchen Star wollt ihr noch mehr wissen? Schreibt's in die Kommentare!